Yo Leute, neues Video von mir. Ich weiß, manche dachten schon, dass das nie wieder passieren wird, aber es war halt jetzt echt wieder mal eine Zeit, wo ich immer wieder weniger hochgeladen wurde. Ich weiß, das sage ich jedes Mal und es wird auch immer noch... War das Halloween, Alter, mal Special? Ähm, nein, Mann. Halloween war gestern. Ja, und kannst du immer noch machen, Mann. Aber warum wollen die Leute eigentlich immer ein Halloween-Special sehen oder irgendein anderes Special, Mann? Ist das denn so wichtig für irgendwelche besonderen Tage, in Anführungsstrichen, irgendwelche Specials zu machen? Nö. Also, merkst du selber, ne? Trotzdem will ich mal nicht so sein. Ich habe einen Clip vorbereitet, der sehr gruselig ist. Oh, fuck. Oh, mies. Da habt ihr was Verstörendes. Und abgesehen davon, wenn ihr irgendwas Gruseliges sehen wollt, guckt euch einfach mein Gesicht an, dann habt ihr schon was Gruseliges deshalb. Aber etwas viel Wichtigeres, was ich ganz vergessen habe. Und zwar mache ich jetzt auf Vidme-Videos. Also, ich mache nicht auf Vidme-Videos, sondern ich lade die, die ich hier mache, hoch. Ich weiß, ich komme mit dem Trend jetzt einfach mal über einen Monat zu spät. Aber das passiert ja, wenn man halt einen Monat mal keine Videos hochladet gefühlt. Und ich wollte für nächste Folge vielleicht nochmal einen Kommentar kommentieren machen. Dementsprechend schreibt einfach mal irgendeine Scheiße, die man für ein Kommentar kommentieren benutzt. Und wenn möglich, bitte nicht wieder nur schwarze Humorwitze. Auch wenn ich schwarzen Humor echt geil finde. Aber so langsam haben wir fast alles durch, was man irgendwie durchhaben kann. Danke. Und jetzt... Nerv mich! Frasche! Piss dich, Alter!